Ja, wie kriege ich dich auf? Du bist nämlich garantiert ein Reset-Point. Ich trau dem Frieden nicht. Snapcaster-Shield? Stuff-Defense. Mal wieder. Und da ist das Ding. Wieder mal zusammengebrochen. Hm. Okay. Was nun? Ach, den Drachen füttern. Das wäre eine gute Idee. Eine passieren. Das ist nicht schlimm. Eddowog Charme. Minus 10 Health. Dafür mehr Energy. Wie niedlich. Ach, Healing Spell ist das. Healing Light Spell. Ach so, das da. Äh, essen. Oh, das ist ein Frost Cap. Den sollte ich aufheben. Denn da war ja noch was mit Frost Caps. Äh. So. Das sieht interessant aus. Kann ich dich zerstören? Ja, ich kann dich zerstören. Gut. Gut. Hm. Ja, damit habe ich das letzte Adder-Teil. Also Adder-Teil. Hm. Hier rein porten und dahin chargen, würde ich sagen. Ja. Da komme ich nämlich nach da oben hin. Ich frage mich gerade nur, wo ich mich damals hingeworbt habe, wo der Teleporter war. Na, ich hätte nicht Fragen brauchen. Ups. Das war Heilung. Das wollte ich nicht. Ich frage mich nicht. Hm. Der bringt mich nur zurück. Der bringt mich dahin zurück. Da kann ich mich nicht entchargen. Da kann ich mich nur reloaden. Hm. Da kann ich nur da hin zurück, aber nicht da lang, oder? Nein. Hm. Ich sehe auch von der Seite jetzt nicht so direkte Möglichkeit, da was zu öffnen. Ich könnte mich wieder da rein warpen irgendwie. Ich würde aber viel lieber gerne hier oben irgendwie hinkommen. Na ja, komm. Das war nicht ganz richtig. Heute habe ich keine Energie mehr. So, und dann hier rein. Das war falsch. Mal sehen, läuft der Timer schneller ab, während ich raste, oder sind das wirklich 10 Real-Minuten? Und vor allem Ding wird es langsamer, wenn ich den aus... Äh, geht schneller, wenn ich den ausziehe. Ja, dankeschön. Licht wieder anmachen. Blinkgate anmachen. Blinkgate anmachen. Blinkgate anmachen. Hm. Hm. ja viele möglichkeiten bleiben uns nicht also nehme ich diese hier oder dismantler schocklanze ja keine leute noch nicht mehr so viel in die hand drücken nur dir und dann ist mal was schweres wir haben ja hier ein bisschen futter noch ach ja das kann ich nicht noch mal aktivieren nein hier drin hat sich auch nichts neues getan ich würde gern den teleporter deaktivieren darf ich aber wohl leider nicht ach so schande so hier ausweichen ich höre stein auf stein im westen mhm wie praktisch noch eine schocklanze mit trielschuhe eine münze er moment so klug und kunst hat haben die aber beide schon wobei die beiden sachen sind leicht die können ruhig mit den speer kann ich leider na das präuft sich ja gut dass wir rausgeschmissen werden kann ich nämlich hier zeug abladen hier ist noch platz den da zum beispiel den da das ding braucht man auch nicht unbedingt das ding ist schon recht praktisch deswegen möchte ich es gern behalten vor allem weil es ein hauf boni gibt das schild nicht so wirklich stuff shielding spels enhanced nö nö ice magic ciphon item Nö, sehe ich jetzt noch keinen großen Nutzen draus. Also kommst du auch mal weg. Der kann auch mal weg. Nächster Besuch in den Enderlands. So, einmal durch die Contamination Chamber. Und alles nachladen. So, hier war ich ja noch nicht fertig. So, diesmal nicht den Fehler machen, sondern stehen bleiben. Ah, ja. Da war was. Am besten hier auf einem sicheren Fleck. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? da sollte ich lieber deconstruction nehmen und die säule einfach weg machen und mich dafür verstecken und heulen so